Das Staatstheater Cottbus stellte am Mittwoch sein neues Programm für die Spielzeit 2013-2014 vor. Ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm aus den gewohnten Bereichen Schauspiel, Philharmonische und Kammerkonzerte werden in den einzelnen Spielstätten aufgeführt. Den Anfang macht am 10. August die Komödie der DINA zweier Herren. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf 15 weitere Premieren freuen. Dann folgt Sein und Nichtsein. Das ist eigentlich ein Film von Lubitsch. Der handelt in Polen, wo die Deutschen Warschau okkupiert haben und da versucht sich eine kleine Schauspieltruppe zu behaupten. Parallel kommt dazu auch Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, weil wir auch das Grimmjahr haben. Das ist so 250 Jahre Grimm. Und anschließend kommt, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen. Wir machen wieder ein Spektakelum, ein Gegenwartsspektakelum, das heißt Überlebenskünstler, wo wir vier oder fünf Stücke im ganzen Haus und in der Kammerbühne den Zuschauern bieten wollen. Überlebenskünstler ist auch der zentrale Mittelpunkt vieler Stücke in der neuen Spielzeit. Mario Holitschek hat sich diesem Thema bewusst gewidmet. Ja, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir in schwierigen Zeiten leben. Also es ist eine Art Umbruchsphase. Das heißt, der Arbeitsmarkt zum Beispiel ist ja gar nichts mehr sicher. Das heißt, viele Menschen müssen einen Zweitjob annehmen oder es gibt keine festen Jobs mehr. Man hat dann teilweise nur Stundenarbeit. Genauso hat es eine Auswirkung auf uns, also das gesamte finanzielle System, also durch diese Euro-Krise, die wir haben. Wir merken, es hat alles Auswirkungen auf die Gegenwart, auf die Familien. Und da war die große Frage, wie schafft es ein Mensch, also in dieser Gegenwart, sich zu behaupten? Welche Überlebensstrategien entwickelt er? Welche Wege geht er? Und dadurch entstand überhaupt dieses Thema. Und das wollen wir an verschiedenen Stücken, auch durch verschiedene Zeiten, den Zuschauern einfach näher bringen. Neben dem Ausblick auf die kommende Spielzeit zog Dr. Martin Röder aber auch ein Zwischenfazit für das aktuelle Programm. Und dieses fiel sehr positiv aus. Die Saison war eine Erfolgsgeschichte. Wir haben hervorragende Zahlen geschrieben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Ende der Spielzeit auch eine gute Bilanz vorlegen können. Insgesamt 302 Veranstaltungen wurden innerhalb der letzten Saison vor fast 80.000 Zuschauern aufgeführt. Vor allem Hoffmanns Erzählungen, Madame Pompadour und Götterdämmerung waren die Publikumslieblinge. Spektakulär geht es aber auch in der neuen Spielzeit weiter. So ist mit der Oper Fidelio im Juni 2014 etwas Einzigartiges geplant. Wir planen es im ehemaligen Gefängnis, Open Air, im jetzigen Menschenrechtszentrum, wo wir diese Geschichte von der verkleideten Leonore in Männerkleidern, die ihren Mann sozusagen kurz vor dem Erschießen sozusagen oder Ermordung errettet, wollen wir hautnah in Szene setzen. Neben der Oper von Ludwig van Beethoven freut sich Martin Schüler insbesondere auf die Aufführung Per Günd unter der musikalischen Leitung von Evan Quist. Denn nach 50 Jahren ist die dreiaktige Oper wieder am Staatstheater zu erleben. Wer jetzt Lust bekommen hat, am 25. August stellt das Staatstheater Auszüge aus dem Programm 2013-2014 im Branitzer Park vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017